Volkstansen, hier kann jeder natürlich mitmachen, wie es in der Anleitung früher angekündigt wurde. Ja, hier darf natürlich weiter getanzt und weiter gespielt werden, ich darf aber die nächste Gruppe bitten, nämlich die Schuhflagler-Gruppe aus Vorau. Seid ihr soweit? Noch nicht, ein bisschen dauert es noch. Inzwischen haben Sie die Gelegenheit, unsere Stände zu besuchen.